So, willkommen zurück. Es geht in diesem Video um die Syntax der Prädikatenlogik. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen schon ganz allgemein ein paar Dinge zum Thema Prädikatenlogik erzählt und eine kleine Logelei Ihnen präsentiert, die Sie hoffentlich herausgekriegt haben. Das nächste Video wird sich jetzt damit befassen, wie sehen diese prädikatenlogischen Formen denn jetzt eigentlich ganz genau aus. Was ist da zulässig, was nicht? Bisher hatten wir ja nur Beispiele gesehen und das nicht so richtig abschließend definiert. Und dann werde ich Ihnen noch ein paar kleinere, einfache Begriffe, wie wir sehen werden, einführen, mit denen wir manchmal arbeiten und die man kennen sollte, um den Rest gut zu verstehen. Sollte alles nicht besonders kompliziert sein. Mein Name ist Markus Krötzsch, das ist Theoretische Informatik und Logik an der TU Dresden. So, Syntax hatte ich Ihnen schon zum Thema Aussagenlogik wiederholt. Das heißt, Sie haben schon ein bisschen eine Vorstellung, wie das funktioniert. Wir wollen also ganz pingelig sein und eine formale Sprache definieren. Also genau festlegen, wie die Formeln, wie die Zeichenketten aussehen sollen, die wir als prädikatenlogische Formel bezeichnen wollen. Okay. Der wesentliche Unterschied, das hatte ich auch schon erklärt, zur Aussagenlogik ist, dass in der Aussagenlogik wir eine beliebig große Menge oder absehbar große Menge von Propositionen zur Verfügung hatten, um unsere Formeln zu konstruieren. Wir haben also Propositionssymbole verwendet auf unterster Ebene. Und das waren die Atome, also die untersten, die nicht weiter zerteilbaren logischen Formen. In der Prädikatenlogik werden diese Atome jetzt ersetzt durch eine neue Art von Atomen, die innere Struktur haben. Das hatte ich auch schon erklärt, mit Variablen, mit Konstanten und diesen Dingen. Und das müssen wir also zunächst einmal einführen, diese verschiedenen Möglichkeiten. Wir brauchen also mehrere Mengen. Wir brauchen Variablen, die nenne ich sinnigerweise V und schreibe die in der Regel mit Buchstaben wie X, Y, Z, manchmal mit tiefgestellten Symbolen dran. Aber Sie wissen, wenn Sie ein X sehen, das ist eine Variable, auch wenn ich es nicht immer dazu sage. Dann gibt es Konstanten, die nenne ich mal C hier als Menge, eine Menge von Konstanten. A, B, C, D, E sind typische Konstantenbezeichner, manchmal nehme ich auch längere Namen. Sokrates zum Beispiel, wenn ich ein angewandteres oder scheinbar angewandteres Beispiel Ihnen präsentiere. So richtig angewandt wird das alles natürlich nicht. Wir wollen ja eine Vorlesung zum Thema Logik und nicht zu einem anderen Feld, wo die Anwendung dann herkommt. Da müsste ich viel zu viel erklären. Okay, aber ein paar intuitive Beispiele wollen wir trotzdem sehen. Und dann wird es geben, eine Menge P von Prädikatensymbolen. Die werden oft P, Q, R bezeichnet, ganz ähnlich zu den Propositionen in der Aussagenlogika. Und das hat auch einen guten Grund, den werden wir noch sehen. Und eben auch die können manchmal längeren Bezeichner haben, zum Beispiel Ist Mensch, wie Sie schon gesehen haben. Jedes Prädikat, und das ist ganz wichtig für die Prädikatenlogik, hat eine Stelligkeit. Das heißt, eine erwartete Anzahl an Parametern. Um die Signatur von so einem Prädikat darzustellen, in der Prädikatenlogik reicht es zu wissen, wie viele Parameter es braucht. Im Gegensatz zu Programmiersprachen, wo man in der Regel noch wissen will, welchen Typ die Parameter haben. Aber das können wir uns ja sparen, weil wir nur einen Typ von Objekt haben. Eben ein Ding. Ja, das ist nicht immer so. Ja, man kann auch Logiken machen, wo es mehrere Datentypen gibt, wo man zum Beispiel Zahlen verwendet und die abtrennen möchte von anderen Objekten, die keine Zahlen sind. Dann hat man vielleicht was Komplizierteres. Aber bei uns steht hier einfach eine Stelligkeit. Man nennt die auch Arität. Okay. Variablen und Konstanten nennt man gemeinschaftlich Terme. Wenn man also nicht immer sagen will, Variablen und Konstanten, sagt man Terme. All diese Mengen sind abzählbar unendlich. Warum? Einfach damit wir immer genügend Symbole zur Verfügung haben. Ja, nicht irgendwann sagen müssen, ja, das könnte man in der Formel ausdrücken, aber leider geht das nicht, weil wir keine Konstanten mehr übrig haben. Das wird uns nicht passieren. Wir haben also immer reichlich Symbole zur Hand. Deshalb abzählen wir unendlich. Sonst die Formeln, die wir haben, sind natürlich immer endlich. Und wir werden immer nur endlich, in der Regel nur endlich viele davon betrachten. Also wir kommen mit endlich vielen aus. Wir wissen nur vorher nicht, wie viele. Deshalb machen wir die Mengen groß. Und wir gehen davon aus, dass diese Mengen disjunkt sind. Das heißt, sich keine gemeinsamen Elemente enthalten. Das ist vor allem bei C und V wichtig. Wir wollen immer sicher sein, ob etwas eine Konstante oder eine Variable ist. Das soll es keine Verwechslungsgefahren geben. Deshalb nehmen wir also an, dass die Mengen sich nicht überschneiden. Okay, gut. Das sind die einfachen Voraussetzungen. Das ist sozusagen die Grundsignatur einer Prädikatenlogik. Ja, man könnte die Mengen, auf denen unsere Sprache dann aufbaut. Okay. Jetzt können wir mit diesen drei Dingen zusammen ein Atom bauen. Ein Atom ist jetzt eben nicht mehr einfach nur eine Proposition, sondern ein Atom ist ein Ausdruck mit einem Prädikat P am Anfang. Und dann kommen Klammern und es folgen eine bestimmte Anzahl von Termen, die wir durch Kommas trennen. Die Anzahl der Terme sollte der Stelligkeit des Prädikatensymbols P hier entsprechen. Und ja, die Terme können Konstanten oder Variablen sein. Gut, das ist ein Atom. Ganz einfach, ja. Und jetzt kann ich mit dieser kleinen Vorbetrachtung, nachdem wir wissen, was Atome sind, Formeln definieren. Formeln werden eigentlich fast genauso definiert wie in der Aussagenlogik. Ich setze einfach die Atome mithilfe von Operatoren zusammen. Und viele von den Operatoren, die ich hier habe, sind auch genau so, wie wir sie schon aus der Aussagenlogik kennen. Und auch die Definition funktioniert so, wie ich sie schon vorher in der Aussagenlogik verwendet habe. Induktiv, also vom Kleinen zum Großen hin. Und es soll nur das enthalten sein, was auf die Art gebaut werden kann. Ich beginne damit zu sagen, dass jedes Atom eine Formel ist. Genau wie in der Aussagenlogik, jede Proposition eine Formel für sich schon ist. Und dann kann ich weitere Formeln bauen. Und dafür brauche ich Teilformeln. Und manchmal brauche ich auch Variablen. Das kommt hier unten. Und das ist in der Regel ganz einfach. Also zum Beispiel kann ich eine Negation vor eine Formel stellen. Dann habe ich eine neue Formel. Das sprechen wir als Nicht-F. Konjunktion, F und G. Disjunktion, F oder G. Implikation, F impliziert G. Äquivalenz, F ist Äquivalent zu G. Und der Existenzquantur. Es gibt ein X, sodass F gilt. Das heißt, für ein X gilt F. In der Regel sollte X in F hochkommen, damit das interessant ist. Aber wir verlangen das nicht. Man darf auch irgendein anderes X davor schreiben. Das hat dann halt keine Bedeutung, die eine Rolle spielt. Und der Alquantur für alle X gilt F. Das ist das Duale dazu. Okay, das sind die Dinge. Und wir sehen, die einzigen Neuigkeiten sind die letzten zwei Zeilen. Der Rest ist genau wie in der Aussagenlogik, bis auf die Tatsache, dass wir von anderen Atomen her anfangen. Okay, gut. So sieht also die Syntax aus. Und im Prinzip bin ich jetzt schon mit wichtigen Dingen, die ich hier brauche, fertig. Wenn Sie schon mal über Prädikatenlogik gehört haben, dann fragen Sie sich jetzt, was ist vielleicht, was ist mit den Funktionssymbolen? Gab es nicht noch so etwas wie Funktionssymbole in der Prädikatenlogik? Das stimmt. Kann man machen. Funktionssymbole werden auch manchmal betrachtet. Im Prinzip sind Funktionssymbole so etwas syntaktisch ähnlich zu Prädikaten. Aber der Unterschied ist, dass man sie in den Prädikaten an Parameterpositionen verwendet. Also das heißt, sie werden benutzt, um Terme zu bilden. Kann also irgendeine Funktion haben und kann die auf mehrere Terme anwenden. Und dann, was da rauskommt, ist wieder ein Term. Also wenn ich mir vorstelle, Prädikate sind Prozeduren, die bool zurückliefern, dann wären Funktionen Prozeduren, die Terme zurückliefern. Okay. Kann man machen, wie gesagt, syntaktisch. Dann hat man geschachtelte Terme mit geschachtelten Funktionen. Tolle Sache. Ist auch manchmal sehr nützlich. Für uns hier wird das vorerst nicht wichtig sein. Warum? Naja, zum einen, weil wir uns die Verwirrung sparen. Ich habe so oft studentische Arbeiten gesehen, in denen Funktionen und Prädikate verwechselt worden sind, weil eben beides syntaktisch so ähnlich ist, ja. Aber natürlich trotzdem einen ganz anderen Typ hat. Und das kam dann alles durcheinander. Außerdem, vielleicht der wichtigere Grund, man hat dadurch keine zusätzliche Ausdrucksstärke. Also das heißt, ich kann die Funktionen oder das, was Funktionen leisten können in der Prädikatenlogik, kann ich auch mithilfe von anderen Darstellungsmethoden in den Formeln, wie wir sie jetzt schon haben, ausdrücken. Wie geht das? Ja, wie kann man eine Funktion, die einen Wert zurückliefert, kodieren, wenn man nur Funktionen hat, die wahr oder falsch zurückliefert? Na ja, man macht einfach aus einer n-stelligen Funktion wird ein n-plus-1-stelliges Prädikat, wo einfach an der letzten zusätzlichen Stelle der Rückgabewert steht. Und auf die Art kommt man immer hin und her. Also anstatt eine Funktion zu haben, die sagt, 2 plus 3 ist 5, hat man ein Prädikat, was 2, 3 und 5 als Eingabe akzeptieren könnte und dann in dem Fall wahr werden sollte. Plus können wir in jedem Fall nicht so einfach darstellen. Also Prädikatenlogik rechnet nicht, es war bloß ein Beispiel für eine Funktion, die Sie gut kennen. Okay, also keine zusätzliche Ausdrucksstärke brauche ich nicht unbedingt. Aber manchmal ist es technisch ganz praktisch, wir werden es später noch benutzen. Und an der Stelle wird es uns auch nicht weiter verwirren, wenn wir die noch hinzunehmen. Also für spezielle Anwendungen sind Funktionen ganz praktisch, aber das können wir uns für den Moment aufheben, wo wir sie wirklich brauchen. Okay, erstmal keine Funktionssymbole. Konventionen und Vereinfachung. Ich weiß, das ist etwas, was Studierende sehr lieben. Wir wollen die Syntax vereinfachen. Jetzt habe ich gesagt, die Logiker sind pingelig, die wollen eigentlich die Syntax nicht vereinfachen. Für die ist die Syntax Gesetz, naja, ganz so ist es nicht. Also der echte Logiker interessiert die Semantik mehr als die Syntax. Aber trotzdem, man muss schon eine gewisse Strenge sich behalten, damit alles irgendwie noch handhabbar wird und nicht zu vage und schlabberig die Argumente geraten. Trotzdem wollen wir ein paar Vereinfachungen in der Syntax erlauben. Welche zum Beispiel sind das? Erstens, bei nullstelligen Prädikatensymbolen. Ja, das gibt es. Also ein Prädikatensymbol kann Arität 0 haben. Da lassen wir die leeren Klammern weg. Also ich würde zum Beispiel schreiben P impliziert Q anstelle von P, Klammer auf, Klammer zu, impliziert Q, Klammer auf, Klammer zu, weil hier keine Argumente sind. Also wir müssen uns nicht diese C++-Syntax hier antun. Okay, gut. Also wir vereinfachen hier an der Stelle. Zweitens, die äußeren Klammern, die äußersten Klammern einer Formel dürfen weggelassen werden. Ja, ich muss nicht schreiben P impliziert Q in Klammern. Ich kann auch einfach P impliziert Q schreiben. Ist auch okay. Wir wissen, dass da nichts mehr kommt. Da muss man nicht klammern. Die Klammern waren übrigens Teil meiner Syntax-Definition. Haben Sie mitgekriegt. Also die Klammern waren immer mit dabei. Wenn ich einen zweistelligen Operator angewendet habe, da habe ich immer die Klammern mit eingeführt. Das heißt, rein formal sind die da. Wir erlauben trotzdem, sie noch an einer anderen Stelle wegzulassen, nämlich wenn wir Disjunktionen und Konjunktionen schachteln. Also wir schreiben sowas wie P und Q und R anstatt P und Q, Klammer auf, Q und R, Klammer zu. Auch wenn das natürlich nicht klar ist, welche Formel hier genau bezeichnet wird. Also wenn Sie es parsen wollten, dann haben Sie hier zwei verschiedene mögliche Parsbäume, Syntaxbäume, je nachdem, wie Sie das hier gruppieren als binären Operator. Während hier ist es ganz eindeutig. Also in gewisser Weise arbeitet man implizit, also wenn ich Beweise mache oder Funktionen rekursiv definiere oder so, gehe ich schon eigentlich immer davon aus, dass meine Formel eine eindeutige Struktur hat und nicht irgendwie ambig ist an dieser Stelle. Oder mehrdeutig sollte ich vielleicht sagen, wenn ich das aus Sicht der Grammatik der Formalen sehe. Aber trotzdem ist es bequem, wenn man solche Sachen weglassen kann, wenn man mal nur ein Beispiel schnell hinschreibt. Und in der Regel hat es auch keine Einflüsse auf die Art, wie wir zum Beispiel in Algorithmen mit Sachen umgehen, wenn wir Algorithmen haben, die mal so einen Ausdruck haben. Also kommt auch wenig vor. Okay, vierter Punkt, hintereinander vorkommende Quantoren gleicher Art darf man zusammenfassen, wobei man die Variablen einfach als Liste mit Komma getrennt angibt. Also zum Beispiel schreibe ich sowas wie für alle x und x' gibt es ein y und ein y'. So das gilt, falls px, x' gilt, dann gilt auch py, y'. Ja, also ich mache mir hier nicht die Mühe, vier Quantoren-Symbole zu schreiben, denn es gibt hier einen allquantifizierten Teil, einen existenzquantifizierten Teil. Das fasse ich ein bisschen zusammen. Okay. Gut. Das also sind Konventionen, die ich verwende. Ansonsten verwende ich keine, insbesondere schreibe ich immer alle Klammern, ja. Also wir definieren uns keine Präzedenzregeln für und und oder und Implikationen oder so, dass eines stärker bindet als das andere und man dann irgendwie Klammern abweglassen kann. Solche Regeln bringen nur Leuten etwas, die sehr viel mit Formeln hantieren und die ständig tippen oder schreiben müssen. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen ja die Logik verstehen und nicht rechnen, ja. Es gibt einen Unterschied, ob sie über die natürlichen Zahlen etwas lernen oder ob sie ihre Steuererklärung rechnen, ja. Also für Letzteres lohnt es sich, viele Kurzschreibweisen einzuführen vielleicht, weil sie sonst viel, viel mehr Arbeit haben. Aber wenn sie die allgemeinen Dinge verstehen wollen, dann macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Und es führt zu relativ viel potenzieller Verwirrung, ja. Und es ist vielleicht auch noch ein größerer Grund, warum wir nicht weiter vereinfachen und keine Präzedenzregeln hier definieren, ist, es ist einfach nicht üblich. Also in der mathematischen Logik, wenn Sie da mal Primärliteratur in die Hände bekommen und irgendein Papier lesen, wo jemand über Logik forscht, wird das auch in der Regel nicht angenommen. Also das ist einfach nicht gebräuchlich, solche Abkürzungen. Und insofern werden wir uns auch nicht daran gewöhnen. Das würde nur, würde Sie auf etwas vorbereiten, was in der Welt so nicht verwendet wird, in diesem Gebiet hier, ja. Aber ich habe ja gesagt, Logik kommt in vielen Gebieten vor und da gibt es auch unterschiedliche Konventionen. Seien Sie anpassungsfähiger als Informatiker, innen müssen wir natürlich die Fähigkeit haben, uns an die jeweiligen Gepflogenheiten, an die Syntax verschiedener Systeme und auch Communities zu gewöhnen. Das sollte uns nicht weiter stressen. Okay, also wir vereinfachen nicht weiter. Ach so, noch was, was ich vielleicht sagen sollte. Wir verwenden nicht den großen Querstrich für die Negation von Teilformen. Auch das kennt man aus der technischen Informatik, ist dort weit verbreitet, macht sich auch gut. Ich habe es auch manchmal schon in anderen Teilgebieten, wo Logik vorkommt, gesehen als eine Anwendung. Aber ist eher unüblich, also kommt auch eher weniger vor. Oh, deshalb lasse ich es weg. Ich werde Ihnen nicht den Kopf abreißen, wenn Sie den Punkt hier weglassen nach der Variable. Aber ich finde ihn ganz nett in der Regel. Ja, vor allem, wenn man nicht so viel davon schreibt, dann hilft es einem manchmal, die Teile der mathematischen Formel besser auseinanderzuhalten, wenn man einen kleinen Abstand kriegt. Okay, gut. Konventionen und Vereinfachungen. Was wollte ich noch erklären? Ach ja, was ist eine Teilformel? Naja, gut, das wissen Sie schon. Ich habe ein paar Mal Teilformel verwendet, ohne dass ich es vorher erklärt habe. Sie können es sich denken. Eine Teilformel einer Formel sind alle Teilausdrücke dieser Formel, welche selbst Formeln sind. Das heißt, es ist eine eindeutig bestimmte Menge, wenn man der formalen Definition der Formel folgt. Das heißt, zum Beispiel von dieser Formel für alle x, Klammer auf p von x oder Klammer auf q von x oder r von x, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Da haben wir verschiedene Teilformeln. Die Teilformel, die die beiden Disjunktionen enthält, die, die nur die innere Disjunktion enthält, die Atome sind immer Teilformeln. Die Formel selbst als Ganzes ist eine Teilformel von sich. Aber was zum Beispiel nicht eine Teilformel ist, ist der Teilstring p, Klammer auf, x, Klammer zu oder Klammer auf, q oder Klammer auf, x, Klammer zu. Da sehen Sie, da gibt es eine ungematchte Klammer hier. Das kann keine Formel sein, das funktioniert so nicht. Und auch für alle x, Klammer auf, p, x, Klammer zu, ist keine Teilformel, weil das auch keine Formel wäre. Da ist hier eine offene Klammer, die nicht schließt. Also das sind keine Teilformeln. Okay, Sie verstehen, was ich meine. Wichtig, da sehen wir auch, warum man nicht allzu viel vereinfachen sollte, wenn man eben zum Beispiel über so etwas wie Teilformeln sprechen will. In dem Moment, wo ich nämlich vereinfache, wo ich also die Syntax abkürze, ist nicht mehr klar, was die Teilformeln sind. Also wenn ich einfach nur schreiben würde für alle x, p von x oder q von x oder r von x ohne Klammern, dann kann ich zwei verschiedene Formeln meinen. Die, die ich oben hatte, wo die Klammer im zweiten Teil gesetzt wird und die andere, bei der ich p, x und q, x klammere und das mit r, x verordere. Und diese beiden Formeln haben unterschiedliche Teilformeln. Also es gibt, ist es dann nicht mehr die gleiche Menge an Teilformeln. Das heißt, wenn man jetzt formal mit Teilformeln irgendwie arbeiten würde, hätte man unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie man das interpretiert. In der Regel wird das keinen Schaden anrichten, sollte sich nicht allzu sehr auswirken, aber es führt halt zu Unklarheiten unter Umständen. Also deshalb vereinfachen wir einfach oft nicht zu stark, weil es sonst nicht mehr klar ist, wie das Ganze mit dem eigentlichen Formalen, über das wir ja sprechen wollen, noch zusammenhängt. Ja, wenn man jedes Mal erst zehn Schritte braucht, bis man wieder weiß, was könnte das überhaupt heißen, dann ist es eigentlich eher komplizierter als einfacher. Da hat man zwar ein paar Teilchen gespart, aber nicht Klarheit geschaffen. Okay, Teilformeln können Sie. Was gibt es noch zu sagen? Freie und gebundene Variablen vorkommen, wollte ich noch besprechen. Das ist auch eine sehr einfache und intuitive Sache. Kurz gesagt, eine Variable ist gebunden, wenn ein Quantor sich auf sie bezieht, also ein Existenz- oder ein Allquantor, und sie ist frei, wenn das nicht der Fall ist. Und ich spreche hier von freien Vorkommen, weil die ein und dieselbe Variable in einer Formel an mehreren Stellen vorkommen kann. Und es kann sein, dass sie manchmal frei ist und manchmal nicht frei, also gebunden. Das werden wir noch sehen. Ich möchte erst mal, ich glaube, Sie haben schon verstanden, was frei und was gebunden bedeutet. Ich möchte trotzdem noch mal das definieren, auch deshalb, damit Sie sehen, wie so eine Definition funktioniert. Das ist auch ein wichtiger Teil dieser Einführung, dass Sie sich daran gewöhnen, wie man sowas eigentlich definiert. Weil ich merke das immer wieder, auch bei Studienarbeiten, wo man mal irgendwas definieren soll. Also etwas genau und exakt aufschreiben soll, sodass jemand, der das nicht vorher kennt, versteht, was gemeint ist, wenn er sich ein bisschen anstrengt. Und ich sehe oft, dass das nicht so leicht ist, dass das große Probleme macht. Und auch bei gestandenen Absolventen, die irgendwo in der Praxis arbeiten, ist es oft nicht ganz klar, wenn sie was aufschreiben. Und das führt zu Problemen. In der Fachkommunikation müssen wir oft sehr präzise sein. Nicht nur, da müssen wir nicht in der Mathematik forschen, um da einen Gewinn draus zu haben. Okay, also wie sollen wir das definieren? Ich will die freien Vorkommen von Variablen in einer Formel rekursiv definieren. Das ist eine gute Übung. Wir haben also Formeln und Formeln sind ja induktiv aufgebaute Objekte. Also Strukturen, die man durch Zusammensetzung von Teilstrukturen immer größer machen kann. Das kennen Sie auch aus der objektorientierten Programmierung zum Beispiel. Und so würde man es ja vielleicht auch umsetzen. Sie hätten vielleicht eine Klasse für jede Art von Operator mit den entsprechenden Argumenten als Members. Und die könnten Sie dann ineinander schachteln. Und könnten Sie wieder ein Objekt der einen Klasse als Member für ein Objekt der anderen Klasse verwenden. Und dadurch hätten Sie so eine geschachtelte Objektstruktur, die beliebig groß sein kann. Und wenn Sie jetzt etwas über die definieren oder aus der berechnen wollen, dann ist Rekursion das Mittel der Wahl. Weil Sie ja nicht wissen, wie tief die Struktur ist. Und so machen wir es ja auch. Rekursiv. In dem Fall heißt, ich fange von den Grundfällen an. Also ich beginne dort, wo die Rekursion endet. Damit ich auch sicher bin, dass ich das nicht vergesse, dass dieser Fall vorkommt. Wo endet die Rekursion? Naja, bei ganz kleinen Formeln, bei den Atomen. In einem Atom sind alle Vorkommen von Variablen frei. Also jede, ich habe nicht genau gesagt, was ich mit Vorkommen meine. Ja, jede Variable an einem bestimmten Ort in der Formel ist dort frei. Für die anderen Fälle ist jeweils Rekursion im Spiel. Die freien Vorkommen von Nicht-F sind genau dieselben wie die von F. Die freien Vorkommen in den Formeln F und G, F oder G, F impliziert G und F äquivalent zu G, sind alle freien Vorkommen aus F und alle freien Vorkommen aus G. Mit dem und hier meine ich Vereinigung. Also das heißt, ich nehme die einen und die anderen zusätzlich. Das sind dann die freien Vorkommen, die ich zusammengesetzt daraus erhalte. Und die freien Vorkommen von quantifizierten Formeln, also für alle XF oder es existiert ein XF, sind dieselben wie in F abzüglich der Vorkommen von X in F. Also die Variable, die quantifiziert wird, die wird aus den freien Vorkommen entfernt. Also so funktioniert die Definition, wenn ich nach oben gehe. Jedes Mal, wenn ich ein Quanto außen drauf packe, verschwindet das, was dort quantifiziert wird, aus den freien Vorkommen. Kann natürlich auch sein, dass freie Vorkommen von X wieder hinzukommen, wenn ich zum Beispiel in F und in G verknüpfe, in F ist vielleicht X nicht frei, aber in G ist es frei, dann habe ich wieder ein freier Vorkommen von X. Okay, das also sind die freien und die gebundenen Vorkommen. Und das ist sehr wichtig für die Bedeutung von Formeln, weil die gebundenen Vorkommen natürlich irgendwie durch den Quantor bestimmt werden. Und bei den freien, da müssen wir noch reden, was das eigentlich bedeuten soll. Okay, Beispiele, Beispiel für das, was ich schon gesagt habe. Eine Variable kann gleichzeitig frei und gebunden in einer Formel auftauchen, wie zum Beispiel das X in der Formel P von X und es gibt ein XQ von X. Da haben wir hier ein gebundenes Vorkommen von X und hier haben wir ein freies Vorkommen von X. Okay, alles klar. Gut, das also sind die freien und gebundenen Variablen und jetzt noch zum Schluss auch nochmal Syntax. Offene und geschlossene Formeln. Wir sagen ganz einfach, dass zu Formeln, die keine freien Vorkommen von Variablen haben, geschlossene Formeln oder auch Sätze. Sätze, das ist, ich würde sagen, also wir sagen das, ich sehe das oft, es ist nicht in jedem Teilgebiet der Logik so, dass man diesen Begriff unbedingt verwendet. Aber geschlossene Formeln ist normal, es ist schon eindeutig. Anmerkung hierzu, eigentlich würden wir oftmals nur mit Sätzen arbeiten, weil die für uns geschlossene Aussagen darstellen. Das heißt also, wenn dort ein X vorkommt, dann ist immer klar gesagt, ob wir meinen, dass das, was dort steht, für alle X gelten soll, also für alle Werte, die das X annehmen kann, oder nur für einen. Und es bestehen, also entweder das ist so oder nicht, das kann man halt dann jeweils prüfen, aber es ist klar, was die Aussage heißt. Wenn ich dagegen nur schreibe P von X und das X ist nicht quantifiziert, dann ist erst mal nicht so klar, was meine ich jetzt hier damit. Soll das heißen, ja, was ist denn das X jetzt? Das ist irgendwie irgendeine Variable, aber wofür steht die? Das heißt, oftmals ist es so, wenn wir Logik irgendwo verwenden, wenn Sie zum Beispiel die Eigenschaften eines Programms spezifizieren wollen mit Logik, um Verifikation zu betreiben, dann werden Sie sehr oft sich mit Sätzen beschäftigen. Also dann kommen häufig Formeln vor, in denen es keine freien Variablen gibt. Wenn Sie mal Prädikaten Logik verwenden, in Verifikation gibt es auch viele andere Logiken, aber auch in der Wissensrepräsentation zum Beispiel, wenn Sie also allgemeine Dinge sagen wollen, zum Beispiel eine Regel aufstellen wollen, was die ausdrückt, was Sie über eine bestimmte Sache wissen, also alle Menschen sind sterblich zum Beispiel, dann sind das auch in der Regel Sätze. Und der Begriff Satz ist hier schon so gewählt, dass er auch ganz gut passt. Also es ist tatsächlich viele Sätze, die wir aussagen können, lassen sich gut als geschlossene Formeln modellieren. Modellierung, der Weg vom Satz in unserer Sprache zu einer Formel, ist natürlich kein mathematisch-formaler. Also wie ich den Satz fasse, wie ich den darstelle, welche Logik ich dafür verwende, wie detailliert ich das mache, das ist immer meine Sache, hängt von der Anwendung ab, muss ich mir überlegen. Aber oftmals sind geschlossene Formeln dafür intuitiv. So, jetzt könnte man fragen, ja warum, das ist ja super, da brauchen wir nur die geschlossenen Formeln. Aber leider muss man sich oft trotzdem mit offenen Formeln beschäftigen, weil die natürlicherweise auftauchen, sobald ich Teilformeln von geschlossenen Formeln anschaue. Und das machen wir in der Regel sehr oft, ja. Sie haben ja gesehen, schon bei der Aussagenlogik, als ich definiert habe, wie ist die Semantik, wie wird der Wahrheitswert von der aussagenlogischen Formel bestimmt, da haben wir den Wahrheitswert berechnet, indem wir von den Teilformeln her nach oben gegangen sind, zur Gesamtformel. Und so ähnlich wird es in der Prädikatenlogik auch aussehen. Aber das heißt halt eben auch, dass wir Wahrheitswerte für Teile festlegen müssen, die offen sind, ja. Also die Formeln mit freien Vorkommen von Variablen. darstellen, sogenannte offene Formeln. Also wir kommen nicht ganz umhin, diese weiterhin mit im Blick zu behalten, die kommen immer mal vor. Okay, gut. Das war alles, was ich über Syntax sagen möchte. Beim nächsten Mal spreche ich dann über die Bedeutung dieser Formeln, über die formale Semantik. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Das war alles, was ich bin herzlich. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin.